wir haben post aus deutschland meine eltern haben ein weihnachtspaket geschickt sowie ist schon ganz aufgeregt und mein papa packt das immer mit tapete ein tapete und ganz viel klebeband kann man mal sehen aber hält so wollen wir mal reingucken so was ich immer gut bewährt hat zum verpacken die habe ich jetzt mittlerweile hier auch steinpilze aus schweden wir sind nicht letztens beim letzten paket ist einer von den senf aufstrichen kaputt gegangen das hat mein papa oder meine mama offensichtlich eine methode gefunden die besser zu verpacken habe ich mir gewünscht leckere hundesticks also hundeleckerli hier ist noch mehr send drin glaube ich servetten kann ich auch jedes jahr kann ich den handel mit aufmachen da wird sich aber jemand freuen und hier unten haben wir noch mehr wettwäsche noch mehr hundesholz und noch mehr senf man kann sich doch sehen lassen da freuen wir uns und du willst jetzt so was möchtest du haben stimmt ja darf ich es auch noch aufmachen vorher moment doch der im hühnerrand der sensor ist schon wieder ausgefallen der war letzten schon mal ausgefallen weil es so kalt war aber es hilft ja nichts die hühner haben hunger also du bleibst hier ziehe ich mir jetzt erstmal eine dicke jacke an geh mal weg ich gehe alleine los es wird so kalt für euch so 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 gestern waren minus 21 grad und das war schon frisch und jetzt zeige ich euch mal was sieht man das? sieht man ja nicht so richtig durch die kamera kam ein sundock oder wie der deutsche beyonce fans sagen würde ein halo doch man sieht also ohne kamera sehe ich ihn ja ich glaube mit kamera auch kann nur nicht mit der kamera gegen die sonne gucken also ich kann nicht gehen nicht runter gucken die kameraschule jaa hallo hunger guck mal hier lecker kirchner na ihr süßen es ist kalt ich weiß na pepsi? ach ne schweinebraten ich verwechsel nicht alle da und wohlauf so muss das sein was habe ich gestern ganz frisch gemacht in den kub sauber gemacht habe ich gestern auch ganz frisch na schweinebraten was ist nun? guckst du nur zu? soll ich gehen? willst du nicht essen mit kamera im gesicht? ok sieht immer noch alles viel zu schön aus wie gesagt es ist meine kalt noch ein letztes mal noch ein letztes mal noch ein letztes mal noch ein letztes mal willkommen was? zu einer neuen auf ne halt zu einer neuen ausgabe paketmesser und tour oder so egal ihr habt doch nicht mal was getrunken jaa es geht in ihr ab so ja wir packen jetzt pakete aber es war jetzt nämlich Weihnachten und wir haben so ein zwei kleine pakete bekommen das war unsere wischlist hauptsächlich vermutlich und dafür schon mal vielen dank und ja wir haben ein messer nur für pakete und es ist so stumpf dass man es auch in richtung bauch machen kann da passiert überhaupt nichts mir gerade so aufgefallen nicht nachmachen das war intro und dann geht es los yeah wie auf einem richtig coolen kanal so so ich weiß schon mal nicht mehr was da alles drauf ist guck mal so stumpf ist das messer gar nicht oh 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 nein ist ja nur von amazon die geschenk verpackung Olaf und Anja Olaf und Anja Olaf und Anja Olaf und Anja danke oh das ist die tolle amazon geschenk verpackung boop soll man das erst zu Weihnachten aufmachen hier steht auch noch was das ist Weihnachten ne mal auf heute ist Weihnachten na nochmal Anja aus Bremen in Bremerhaven danke für die Videos von Olaf und so heute ist Donnerstag der 22. heute ist äh 12. Samstag der 24. und wir haben heute Geschenke auf du musst ja da nicht sagen sowas du sagst das ist doch die Illusion des Fernsehs ist doch egal wie kriegt man da das Ding auf hier ich drehe gleich durch was sind denn das für Knoten hier ist bestimmt sowieso was für mich drin ja genau ja ist was mit Kitchen aber das geht hier niemals durch das äh kann ich auch machen das Video wird lang glaube ich das wird richtig lang also wer auch immer die Geschenke bei Amazon verpackt Leute das ist ein bisschen übertrieben das muss doch nun wirklich nicht sein tadaa uuuuuh das ist ja toll die hätte ich vorhin gebrauchen können das ist ja der Schi-Shopper cooles coole Sache vielen vielen Jahren mach es nicht so tief uuuuh ok meine meine nächsten Tage im nächsten Jahr sind wir weiter oh mein Gott wie geil ich bin achso die sind gar nicht für mich das sind meine ich habe nämlich Susi mittlerweile zu Tim Hortons bekehrt na gut na gut da muss ich weiter dursteln mit kein Kaffee das ist ja geil ein Monatsvorrat da muss ich euch nicht vor T-Mirko grüßt Kaffee Mirko na gut er wusste nicht dass es für dich ist aber ne du nicht wenn du dein Lieblings Kaffee bequem vor der Haustür bekommst habe ich das Problem ist dafür nicht schweizmuster Ricola den nicht exportiert von T-Mirko an Kaffee Mirko vielen Dank Schuggi will uns nämlich gerade übrigens sagen dass es schon nach um 12 ist und um 12 ist Mittagessen Zeit das war richtig schön fechart Weihnachten wird nicht in Bedacht das finde ich ja geil so weil du jetzt Kaffee bekommen hast aber man muss ja dazu sagen ich habe mir den gekauft einmal und fand den ganz lecker und immer wenn ich den trinke trinkst du den auch deswegen ist der immer so schnell alle manchmal trinkst du den auch wenn ich gar keinen trinke danke dafür das ist dann aber dann meiner ja der ist von Felix kannst dir den Kaffee schmecken Grüße aus Karlsruhe vielen Dank den nehme ich mit in den Truck beim Truck nehme ich so eine Kaffee Maschine mit kleinen Pads und das letzte gleich in der richtigen Seite geöffnet von Clemens Mirko hoffe du kommst gut durch den Winter und hast viel Freude an den Vorratsgläsern bleibt wie du bist Yay vom Exil Oranienburger aus Dortmund vielen Dank Boah habe ich ja richtig abgefasst diesmal was weiß ich auch schon was das ist das ist nämlich auch nicht für mich ja du hast halt wieder auf die Liste geschrieben was ja in Ordnung nicht ich bin ja wunschlos glücklich du kriegst schwarze Post-its du kriegst schwarze Post-its ja du kriegst auch gleich was das sind ja nicht die echte Vorratsgläser mit Deckel und so cool so jetzt gibt es Essen vielen Dank an alle Weihnachten ist vorbei für euch oder kommt das noch vorher raus das kommt schon nach Weihnachten raus Weihnachten ist übermorgen das ist halt schnell so die Videos nicht wir haben so viel zu tun ich habe das Büro gerade aufgewärmt achso wir geben jetzt erstmal unseren Hundis was zu essen vielen Dank und bis später Dankeschön Boah Schumi man könnte auch einfach mal ein bisschen genießen und da denken wir immer der kleine ist zu schnell aber Madame der ist doch nochmal doppelt zu schnell der kommt bestimmt gleich wieder um die Ecke fertig Krise abgesagt das ist mein Pfettisch das ist mein Pfettisch Na Pfettisch das ist mein Pfettisch Alright und